Hallo, hallo. Letzte Woche habe ich euch auf dem Blog Scene von meinem Abendritual mit Dr. Hauschka erzählt und jetzt, eine Woche später, sitzen wir erneut hier, um euch von meinem Abendritual mit Dr. Hauschka zu berichten. Ich habe euch ja im Beitrag gezeigt, dass ich, um sozusagen am Abend so ein bisschen runter zu kommen und um mich für die Nacht vorzubereiten, gerne heiß bade, mich ausgiebig pflege oder heißen Tee trinke. Und jeder von uns hat ja seine Abendrituale, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, runterzukommen, zu entspannen, um dann auch erholsam zu schlafen. Was wäre das bei dir? Ja, also ich nehme mir auch meine Zeit im Badezimmer. Ich dusche gerne heiß und danach kuschere ich mich ins Bett und schaue noch eine Serie. Okay, das klingt ja echt nett. Die Frage ist, was ist euer Abendritual? Dr. Hauschka interessiert sich dafür, was euer Abendritual ist und wünscht sich, dass ihr das Ganze via... Macht einfach ein Foto davon von eurem Abendritual, ladet es auf Facebook, Twitter oder Instagram hoch. Ja, setzt unbedingt den Hashtag Mein Abendritual und dann... Genau, dann macht ihr einen Screenshot davon und den Screenshot sendet ihr dann via E-Mail an verlosung.dr.hauschka.de Und mit viel Glück seid ihr einer der 25 Gewinner des Nachtpflegesets. Genau. Und wir drücken euch die Daumen ganz fest und wünschen euch viel Erfolg. Tschüss. Ciao.